Jugend innovativ ist Österreichs smartester Schulwettbewerb in den Kategorien Science, Engineering, Design, Entrepreneurship und Sustainability. Torferde als Umweltsünde? So ist es. Beim Torfabbau wird nämlich jahrhundertelange Arbeit der Natur in Nullkommanix zerstört. Das Rackpeed Schülerinnen-Trio von der Höheren Technischen Lehranstalt Braunau zeigt, wie es anders geht und macht aus natürlichen Abfallstoffen wie Pflanzenschnitten nachhaltige Torfalternativen. Dieser Torfersatz hat die Hauptbestandteile Thuyenschnitt oder Laub. Sie sind natürliche Abfallstoffe und werden von uns recycelt und sozusagen wiederverwendet. Unser Projekt zieht darauf ab, den Torfabbau, sobald es geht, einzudämmen.